Hallo, Hallöchen, da bin ich wieder. Und wir versuchen es diesmal wieder mit Sandking-Support. Mal gucken. Ähm. Sollte natürlich... Machbar sein? Warum kaufe ich eigentlich eine Mango? Ich bin Support, ich sollte andere Dinge kaufen. Ähm. Offline Batrider. Oh, okay. Dann macht er Offlane Roam, oder was? Schlag Jack Hero und... Okay. Wir bräuchten halt... Falsch beschrieben, aber ich habe immer eine Mango-Waum. Ich weiß, was ich meine. Eine Mango-Waum nicht. Warum ich, dass ich immer mit so hochkarätigen Leuten zusammengemischt werde? Park. Park wird schwer. Ja. Naja. Jetzt kann ich ja mal kurz gucken. Meine Wetten. Wetten, Wetten. Bisher 77%. Also... Boah. Zwei Tage. Drei Tage für 21 Spiele. Fünfhundert. Fünfhundert... 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 Kompatier $15, 25hood. Rade einst für late-gameorg. OooooooooN... Stunt Dauer. Eine Sekunde. Eins. Hehehe. Got it. Sehr schön. Hm. Das ist natürlich... Ah. Okay. Okay. Nicht optimal, aber... Ich will eins, der trifft noch so hart jedes Mal. Hm? Batch Rider wird zu überleben. Bristleback. Bristleback. Natürlich doof jetzt, dass ich zurücklaufen musste. Hätte ich eher TP'n können, aber... Kriegen wir... Kriegen wir Bristleback oder Maiden wahrscheinlich eher weniger. Shit, man. Bin leider zu spät. Ich sollte den vielleicht mal eine Clarity mitbringen. Komm mal her, mein Freund. Das reicht mir schon. Reicht mir, wenn ich sie ärgern kann. Ist die Frage, soll ich hochgehen für einen Gank? Dürft mich eigentlich nicht sehen. Wird schwer, den zu ganken. Oh, scheiße, Mann. Ah, dang it, ich hätte ihn hauen sollen. Ah, shoot. Ich hätte noch meinen Scheiß anwenden sollen. Oh, ist Maiden. Ist er raus TP'd? Vermutlich, hm? Oh, Bristleback ist wieder da. Oh, Bristleback ist wieder da. Mensch, wirds. Moment. Schlock. Oh shit, jetzt habe ich ein Problem. Oh, ja, um, oh, Maiden. Okay. We got three on top. Ah, damn. Rightly, Sam. I go. Ah. 20 nicht mehr. Oh shit. Komm schon. Ich schaue, dass Shakira nicht helfen konnte. Okay. That's good news. Whoa, okay. Okay. Das ist gut. Okay. What the heck? Das ist gut. 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 Oh shit. Ah, verdammte Axt, man. Das ist gut. Das war wirklich Mist. Was ist gut? Ja. 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 Okay, das ist überlebt. Das ist gut. Das ist nicht gut. Das ist aber das Puck. Oh, shit. Oh, shit, man. Das ist gut. Scheiße, man. Ja, ich hab nicht viel Leben. Das ist so ein kleines Problem, was ich hab. Das hat viel zu viel gekostet. Das hat viel zu viel gekostet. Batrider ist gestorben durch einen Maiden. Bisschen spät zum Stacken. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Okay. Okay. Hm. Dann kann ich mir gleich den Blinkdagger holen, wenn ich so weitermach. Oh, ich hab Bristleback gekillt. Das ist schön. Hm. Ach, deswegen hab ich auch noch so viel Geld. Zwei, sechs, sechs. Ist okay. Okay. Komm schon. Okay. Komm schon. Wow, wow, wow. Die Runden. Two grande Change have ich mich gem difficult. Ich würde mich abholen. Perfect. Huh. Ohhhh, shit. Ohhhh, shit, man. Oh, shit. Jetzt finde ich mal... ...wenn wir eine Pipe haben... Hm. Ah, es war ein bisschen... Oh, ich hätte das schon vorher festlegen können. Da hängt ich aber gar nichts gemacht. Ohhhh, Jakiro. Ah, Jakiro. Ohhhhh, Jakiro. Das kann nicht sein. Oh fuck off, ist das jetzt dein Ernst? Was ist das denn jetzt wieder für ein Team? Ich dachte das würde funktionieren. Es ist eins, ach es ist lang. Die Watchbell ist Ringing! Your middle tower is taking care of coming! Your middle tower is under attack! Allo? Die dann Watch den oder was, das ist die einzige Möglichkeit wie der mich vorher hat erwischen können. Es ist auch einfach traurig, wie die dann die ganze Zeit auf einer Stelle stehen und dann... ... ... Ah. Das ist doch echt ein Witz. Es kann nicht sein, dass die überall Watch stehen haben. Nein, er hat es aber auch erwischt. Tier ist wieder raus, okay. Keine Ahnung, was wird da noch machen sollen. So wenig Kohle. Was ist das für einen scheiß Support? Komm schon, Mann. Wollt? Ich bin lange überraszt, Dotsiex Forward. Ganz schön. Oh nein, das ist jetzt mal so. äh alter soviel dazu das gibt es einfach nicht das ist einfach so frustrierend dass wir nichts auf der Reihe kriegen ok das hat sie keinen mehr dabei die L ist schon wieder raus das ist Das war's für heute. Gehen auf Top, ok Das bringt das absolut überhaupt, nächster Moment Hm Okay Fuck off, man Fuck off, das gibt's nicht Meine Fresse, wie kann das nur sein, dass das nicht funktioniert Das ist Das ist ja. Ja, geil. So kann ich hier den Skrypt... Oh man... Schnellereaktion. Unglaublich schnelle Reaktion. Sigh. Schnellereaktion. 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 Vielen Dank.